So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen ja Schaden machen, nachdem wir geklettert sind. Ja, deshalb wisst ihr halt schon irgendwo nicht. Ja, natürlich. Ich gehe direkt nochmal runter in Creasy Grove. Das Ganze mache ich natürlich in Gruppenkeile, denn da ist es ein Tick einfacher, beziehungsweise ich persönlich kann es halt ein bisschen besser planen. Ich hätte es natürlich jetzt auch mit Bauen machen können, fällt mir auch gerade so ein. Bei Gruppenkeile ist ja mit Bauen. So, wie gesagt, wenn jetzt hier einer auf dem Dach ist, einfach dann den Schaden drauf machen. Ich sage ja, die Aufgaben, also für Videos zu machen, sind die Aufgaben heute echt ein bisschen schwieriger. Ah, doch schon. Das Problem ist, ich muss halt klettern, ne? Na? Ja, das war jetzt schon nicht mehr kurz nach oben klettern. Jetzt muss ich quasi einmal runter. Na, jetzt hat mir einer den. Und zählt das? Oder war es zu spät? Ich sage ja, die Aufgabe ist eigentlich so simpel, aber... Ah, doch, ich habe sie. Also, ist halt schon ein bisschen komisch, das zu planen mit Video, weil man macht es halt eigentlich automatisch. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Also, in dem Sinne, ihr habt es gesehen, klettert einfach irgendwo hoch, macht den Schaden. Einmal ein Hit reicht und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut herein. Vielen Dank.